meine lieben werten freunde herzlich willkommen zum zweiten liga rennen hier aus montreal kanada ja wir sind heute was ich gar nicht geglaubt hätte 16 leute ja und ja ich kann nicht mehr genug andere zum einen wieder der sieger vom letzten rennen natürlich köst sie der natürlich der hat das mit arrangiert hat nun hey wieso werde ich nicht vorkästigen in der wettbewerb aber und geckabob und geckabob 5 lp den ich gerade gehört habe reden hier ring ach leck mich am arsch alter schon wieder so wie er noch heute mit dabei denn noch mit aufnimmt ptr die schönen unterhaltliche prägen alle kann er sich auf oder war so dann haben wir noch dabei Tera der natürlich ist das ganze hostet das spieler war um die kreis 1 der den sieg gründet er hat er das gut machen aus dem nürburgring vom nürburgring und natürlich noch nahe der das wiederholungsrennen gewonnen hat der redet jetzt nicht mit f1 f4 r5 der mit seinem internet immer probleme hatte ja vielleicht wird es besser und ja wir haben alle 10.000 einladungen im rennen 0 prozent also im qualifang ist auch 0 prozent also warte mal ich würde ja mal kurz alle ruhig sein bitte ich lese mal alle vor die dabei sind bvb 971 dabei sein der hat beim letzten rennen gefehlt ähm heptin schönen guten tag äh f1 f4 r5 haben wir carry killer der beim letzten mal auch nicht mitfahren konnte jetzt dabei ist ptlp kennen wir funky servus hallo naja jet set maio doch sauber fällen 99 hat es beim letzten mal nicht aufgetaucht und heute fährt er natürlich mit ist doch keiner rausgeflogen alter ich raste aus äh richtig flug lp ersatzfahrer munter auf platz 2 nickel groß nicht gekommen der auf platz 1 ersatz fahrerliste steht der fährt heute für da mal weil da mal im stau steht und er nicht mit fangen kann bin ich von hier aus und was man sagen muss david hinster und dummle tutorial ihr seid beide ans ende der ersatz fahrerliste rausgekloppt herangekloppt worden weil ihr jetzt nicht zweier nicht erschienen seid und abgemeldet ja regeln sind die stört den scheißdreck regeln sind regeln wahrscheinlich gestorben habt pech gehabt um ein rei ja auf jeden fall ist um was man gerade mal die reite fahren was dann alles hat sich mit der aufgelöst schon ist ja auch weggegangen er hat um private probleme sind das glaube ich um und dann ja haben jetzt neues team gegründet und zwar sind ja sahara frost in der an dem terra und flug lp mitfahren ich kann nicht mehr wir noch sind einige an der box philip bist du denn motiviert heute wie sind aus köstlich wird sie dieses mal heute sofort beim rennen dabei sein nicht beim wiederholungsrennen wieder ja natürlich alles klar gecker bohr will heute seinen vierten platz natürlich verbessern ja unbedingt viel spaß dabei ähm wie sieht es momentan auf der strecke aus alle sind aus der strecke außer ich die erste stelle runde beginnt carry f1 21 6 im ersten sektor ich war nicht der erste rausgefahren war carry der erste der rausgefahren ist ja boah ey ich höre nur lenkräder und welche schalten schaltknöpfe im hintergrund das ist der letzte misst so carry wo bist du gerade wie sieht es aus oh 235 gleich verbremst nochmal die frage wer ist hinter mir äh funky ja auch bitte auch immer sagen jetzt sagt er wenn er die man fragt hinter mir dann sagt er bitte nicht ich wer woher soll ich wissen wer das ist man sagt einfach den namen von euch und dann fertig ist ach ich vermute mal jemand der jetzt nicht spricht alter was ist bei dir falsch gelaufen was passiert philip 1 151 carry 1 15 6 hat im letzten nette was verloren was ist passiert was ist passiert ich bin an dem vorbeigefahren und er zieht voll in mich rein wer denn wer denn weil die ich weiß nicht derzeit der derzeit der derzeit der derzeit der derzeit 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 bei 16 fahren kann man das auch verstehen Kösti 1 17 1 PTR 1 18 1 und Funky 1 19 schon stark Funky jetzt kannst du mit Regenreifen fahren was Kösti schneller als ich dann ja Killer 1 17 6 Kösti momentan auf der 3 ich bin auch in der Box drin ich hab ein ELEs fahren alter das ist hier das ist hier Action reich bis zum gegen so momentan auch keine runde BVB 971 SignLP Heptim Wie sieht's da gerade aus bei dir oh du bist gerade eine runde gefahren dritter Fokusti 1 16 6 F1 F5 da hast du im zweiten sektor was verkackt so ich habe mich gedreht so zu hören die können gleich mal jetzt hätten wir auf der 6 1 17 4 jetzt ist nur noch bvb zaini f1 4 5 und tera flug pp geklaut und ich noch keine runde waren aber man muss auch sagen grottmasters hat auch ein paar pette draus gehauen und fleißen jetzt die server stabiler die zahlsache was ist das karlow mit zweiter was los ja was er war du du warst der erste der rund der der jubiläser die ja so jetzt war ich auch mal raus aber ja ich habe auch gesehen wie ich an karlow angekommen bin du hast du hast die 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 diese ende zweiter sektor die rechtskurve verkackt ja so wie vertraust du kannst immer den auf dem bordmonitor weitermachen so lange du nur in der box bist also null prozent gegenwahrscheinlichkeit im der Wettbewerb das heißt nicht weiter wie jetzt wer ist hinter mir jetzt muss ich mich nicht vorbei lassen oder auch nicht eine ich glaube ich war hinter Funky so flugelte Wasser so schön runter Funky war schneller ne ich war schneller als nicht ich bin heute echt darüber es ist so saugeil das ist 16 fahrer dabei sind ich freue mich echt danke alle die machen noch nicht zu viel hoffnung hallo fang bitte so hier vor mir flack flack lp ganz bitte platz zum hofer grazie mila bitte das ist das hier also sehr nahe bis ein guter Korn noch gar nicht sorry das machen wir nicht so wie du so gut wenn ich Platz machen er hat wollte besser gut ich will jetzt einen starken Skurmrede schlechte Runde ich wünsche dass man eine Runde das gutes Jahr okay das ist nicht gut 14 Fahrer haben eine scheiß Zeit nimmst du das ist eine Menge Arbeit wer ist hinter mir auf einer schnellen Runde ich bin gerade auf der Box gefangen ich bin das aber man muss auch sagen wenn man jetzt im Wiederholungsrennen wenn jetzt hier im Rennen ähm mindestens 10 Fahrer über die Ziellinie kommen dann gibt es kein Wiederholungsrennen mehr richtig das ist ja auch glaube ich klingt ja auch sinnfrei der Kabor das geht aber noch schneller ne ja ich hab die Fehler gemacht ja ja das sagen sie alle das ist einfach gut wo er war so weg da muss das aussehen das war die Hälfte im Frontflügel warum regnet es jetzt so stark wir sind den Kanal noch schneller fahren habe ich gesagt es regnet wieder essen irgendwer gesagt es wird auf keinen Fall regnen das war Carlo und Karl hat sich auf den gefreut Philipp was fährst nur dafür Zeiten nach vorne warum 1 21 21 König im ersten Sektor ich war da ich war da nicht mal eine zehnte hinter ihm oh Leute wer war das denn ich bin gerade gegen die Gegend ich habe aber mal zwei Sektor was richtig ich habe aber eine 21 9 das ist vierzehntel langsamer bei mir stand äh äh ja weil er ist aktuell auf einer schnellen Runde ist deswegen ja ich weiß wenn ich nur noch an 8 bin und das ist auch richtig das war ja sauber weg sauber weg vorbeigelassen jetzt mein platz machen bitte 1 15 6 1 15 6 1 1 1 1 2 2 3 alle die gerade am ersten Sektor sind ich komme da gerade an ich bin jetzt gerade aus der box raus ich bin schon dass ich dadurch da platz machen nach vorne wo ich dachte hallo carry das möchte ich mal vorbei ich glaube mit 250 auf der landwahl er ist aber ich bin auf keiner ich lass dich vorbei suchen sagt das doch andererseits brauche ich eigentlich auch nicht vorbei aber jetzt habe ich platz das ist gut auf der lang geraten stau durch die frage obwohl ich vertrete sie vor mir er ist hinter mir was jetzt passiert wir wollen nicht schneller als er war ich glaube die strecke wird immer langsamer ja kommt sofort bin immerhin noch neuntler ja ich musste in meiner spielrunde leider die steuerung umstellen von dem dritten sektoren nicht die strecke wird nicht langsamer die bleibt so ja ja okay dann bist du einfach langsam muss ich mir nicht sagen dass ich auf platz 9 bin das weiß ich denn ingenieur ich wollte dass ich nur auf 1 bin keiner hat lustig zu besiegen das würde genau auf 4 1 ich hab dir doch mal den kommentar geschrieben unter dem video warum steht der legende und was mir mal geantwortet weil ich bin die legende obwohl er keine KI mitfährt richtig kannst du dich doch an den kommentar erinnern der war von mir ja ach der war von dir ja ja so sieht man sich wie hier welcome back ich wunders dass mich echt keiner attackiert hier hera wie viel schneller bist du als ich was bist du gefahren ich finde ich weiß nicht was du im letzten sektor rausholt ich bin ich habe im ersten sektor in ersten sektor bin ich bin ich erber auf bester kurs und am zweiten sektor verliere ich ne menge äh ne bin ich auch noch auf den auf dem niveau im dritten sektor fahre ich eine sekunde die sekunde ja ich bin ich auch da ihr fahrt doch das gleiche auto ich war am dritten äh im zweiten sektor war es da links von fluggeteilt das ist doch keiner rausgeflogen alter über zehn minuten keine rausgeflogen was das denn gucken was das ist auch nicht der feilte vier fünf haus schade letzter als als glaube ich starte wo ich das ist wohl jetzt mein startplatz nein der feilte und so was nicht du kannst diese reifen ausnutzen wie ein kleiner hengst war der intermedians oder regenreif schon in den medien alter der da ihr bis neuntausend ist viel schneller als ich das kommt in die liste der kleinsten abstände nein das war gleich bis gleich und ich das war lustig wenn der fahrzeug in sektor 1 abgestellt äh er feinteil vier föhnen warum keine ahnung er will grafik sparen um und ich bin 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 ich schade auch ich bin fünfter bin zufrieden erst mal aber ich bin aber ausfahren der mit lachen da wenn die mit dem flammen so lieben wird ja ja wenn gerade in zwei Jahren bei sich und wollen er nach einstattdaten erheblich und das war heute und wenn eine Sekunde nein die Probein also ich die Mannes ist das Modul ich bin immer noch auf der 1 1 ich habe die schaffe wenn die schaffe, Kerl, das ist grüffig ich habe die schaffe gehört lol ihr wolltet realistisch Fälle auf der 1, Naim auf der 2, Carri F3, P3 auf der 4, ich auf der 5, Kla 6, BVB 7, Heptin 8, Terra 9, Kasti 10, JetZ Mai 11, Gekabot 12, da zeigen die 13, Flug Gepi 14, Funky 15 und F1 C5 16 so, ich fange mal raus Gekabot ist aber noch schneller, ne? ich habe nicht, dann gibt es ein paar aus dem Team, ne? wer ist gerade im zweiten Sektor, am Eingang von der Dingens? ich am Eingang von Watt? ah ja, von der, ach so am Eingang von Watt? ne, ich sehe ihn, wo sind die eins an hier? wo fährt man nicht an jemanden vorbei, Philipp? ich musste abbremsen wegen dir mein Hand ist mal wieder leer wenigstens kann ich vor auf 1, 4, 5 starten wird es wenigstens ein lustiges Rennen wenn mir jemand den Frontflügel abfällt Funky, bis auf der Scheinrunde, bin ich nur noch 7. was? JetZ Mai hat sich vor mir geschoben ja wenigstens das Toro Rosso geschlossen BVB auf der 2 Killer 3 aufgegeben oh, ich dachte schon, äh, warum? das wäre jetzt eigentlich nicht trash, wenn einer rausfällt äh, das passt noch gar nicht zum Rennen BVB auf der 2, nein, aber auf der 3, was ist denn hier los? was? da leck mich am Arsch so Funky, wenn, äh weiß genau, dass ich noch schneller gefahren hätte können bevor Terra hätte ich landen können ok, das war das, mindestens nach seiner letzten Zeit ok, die Liga, ähm, ja dann bin ich eh nicht gut wie mein Teamkollege so, so Funky bist, mega furioso yeah, shit, shit Funky, wenn du mich gerne vorbei, ich kann den da vorbeilassen, bitte thank you decker, boah, du bist 7 Zehntel langsamer als ich ja, war das gleiche Auto ja was hattest du noch mal vor dem Rennen gesagt, wer ist der Schnellere? ich hab's noch mal wieder, äh, kannst du's mir noch mal sagen? ich hab's auch schon vergessen ich hab's auch schon vergessen deine zweiter Sektor Bestzeit wer? deine LP weiter Sektor Bestzeit ok, jetzt Grafik gespart Session Bestzeit ja, wenn der die Grafik gespart hat, dann ist er jetzt richtig gut der könnte gerade auf Pole fahren ja, hoffentlich nicht ach, dazu wird die Grafik gespart, am Ende der Runde ist die schon vorbei wollen wir mal sehen ne, weiter in 13, da hat er den letzten Sektor verhauen Mulcian erster Sektor Bestzeit oh Mulcian, der wird jetzt das Rennen gewinnen es geht ums Qualifying, das weißt du, ne? ja, und? das ist so unfair, ich hab die Strafe das ist so unfair, ich hab die Strafe 3, 2, 1, Qualifying ist jetzt beendet ja Runden werden jetzt noch zu Ende gefahren und dann haben wir ein Renergebnis äh, ein Qualifying Ergebnis Renergebnis Flitter glaube ich, dass wir keine Punkte holen, ey das wär blöd Fick, Karl, wird die Kappler aufgesucht? oh, ich komme klar, ey wird Kappling sich nochmal verbessern? oh man, ich treme die auch noch gleich weg, ey dritter fuck nicht schlecht ach shit fick die auch ich werde Künfter sein, weil Kami ja strafen hat so, ich guck mal momentan Philipp, du? bei mir steht mal der glaube ich nicht mehr auf bist du bester, Kurt, Philipp? ja brauchst du gar nicht ey, Kami hat ja ne Strafe von 10 die Strafe war so unverdient, ich hab ihn nicht überrührt nein verbindungen verbrochen ey, ich war ne Sekunde schneller alter f1, f4, f5 muss nur nochmal wieder reinkommen, dann haben wir ihn weil er ist eh letzter das ist so unfair ich hab keine Screenshots oh shit ja ich bin nochmal auf die 3 gefahren ähm, warte drück doch nicht auf weiter, ihr dumm Affen 1. quedar i3, Föhrgericht, den nicht durch die 2. if so bitte leute jetzt sind nicht auf weiter drücken dass drückt er hat eine verwarnung bitte macht es jetzt ein anwärts drückt wer zu brennen starten rückgriechner verwarnung habt es gehört gut danke weiß keiner hat mich gar nicht so gut ist es ja bitte nicht fest und bitte nicht und da ja und ich glaube es ist 1 4 5 kommt nicht leider mal rein schade schade hat aber lange durchgehalten bitte nicht weiter drücken bitte nicht auf weiter keiner startet rennen das mache ich ja bitte wir wieder ok wiederholungsrenner sind kaum dann auch schon zu früh gestartet ja aber ich glaube bei vier leuten die war noch schon die war noch fettig wir haben ja lange diskutiert noch immer gesagt jetzt irgendwann ja ich hab's mitbekommen so rennstrategie er kann seine rennstrategie einstellen 18 runden auf hart habt ihr einen vogel was ich wechsle doch nicht auf die weiche mich immer in den ich hab ich hab meine strategie eingestellt ich hab meine strategie eingestellt ich brauchte eure strategie nicht sagen ihr Lappen ich starte vor dem letzten platz das viel schlimmer was kann ich das alles neu außer einer der ist österreicher derzeit her auf der der westen doch der top die treufe von einer der letzten schnellen runden und starten von zehn bauten auf die reichung der reichung der mal dieser das geht ja wieder besiegt werden dafür was vorauswürdig schauen also ich bin ich ganz ruhig jetzt beginnt mal die schaffern und durch auf der 1 die green danger die dem 1 ganz stark dahinter bvb 971 alter was mit die löschen überraschung auf der zwei jeden fall dann ich auf der 30 green racing machine dann auf der vier nahe der letzte polos gefahren hat auf der 5 ptlp sechster hepteen im ferrari 7 am sauber also für sauber vierter und siebter ein starkes ergeben das ist nicht schlecht killer 8 am lotus ja wo ist carry 9 der terrar letzte kristi auf der flieger bohr öfter tausse von 10 und 11 hat die chancen und das laufen seine ep 12 da und er hat ein team team Klinik statt von der 2 es könnte fette und weiber sein mit der 8 oder oder fette und ricardo nächstes jahr mehr und ich habe mögliche dreizehnter flug lp bis am ersten Rennen ok nicht letzter mit vorkommen die der war mit der noch pet fahren muss schade um die erinnern dann fang die und letzter dd 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 carry ja super 35 runden 35 runden 24 grad außentemperatur also sind alle bereit bright jo ok ach Gott ey ich kann nicht mehr Rennstall in 27 25 sekunden ich kann nicht mehr wir hätten mal den countdown gestartet ganz ruhig am starten ich war ja keiner hätte ich noch in dieses Session reinkommen können wenn ihr nicht weiter ich habe echt tschüss äh ich 11445 wir haben ja das konnten wir nicht verändern wenn irgendjemand auf start drückt da konnten wir nichts tun uns leid also ich geh ganz vorsichtig ran dann wird das denn jetzt als Zerbindungsproblem gewertet also dass ich nächstes Mal nicht mehr dabei bin ja ähm aber wenn jetzt wenn jetzt noch sechs weiter raus fliegen dann gibt es ein Wiederholungsrennen ab wie vielen Leuten gibt es Wiederholungsrennen ab wie vielen Leuten gibt es Wiederholungsrennen sechs leute wenn sechs leute mit per Verblübungsprobleme raus fliegen wenn es soviel raus fliegen dann erstmal noch Punkte holen dann sind noch die pläser 11 bis 16 meine werten freunde großer Preis in Kanada ich werde den Crash mit mir jetzt scheiß Gater scheiß Gater Teamkollege Mulchans das musste sein dvb9 auf der 2 ganz stark ganz starkes Ergebnis ich werde die auf 10 und wer auf 15 jawohl statt hier irgendjemand auf Waren ich würde sagen alle ruhig bleiben der große Preis ich muss noch jetzt dringend was sagen jetzt hier darf ich dich abschießen nein nein der große Preis von Kanada Liga Renn Nummer 2 beginnt nein 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 der beginnt aber jetzt schon weißt du schlechter Satz von mir nein 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 ob ich hier mein Gott sei Dank sorry 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 wo Leute ich bin 6 ich bin echt mit weggekommen ich bin doch die ganze fetten Fickrech war nein Philipp erster nein ab zweiter dritter bin ich vierter ist Terra Och zei dich schießt mich hier ab was soll ich alles zei dich Hallo Carrie Hallo eigentlich alle Hallo was soll das wer hat mich gedreht wer hat denn also wer hat denn ein Handyproblem Handy ausmachen Leute was ist da los ich hab mir das wohl abgeschlossen das kann nur zeigen hier gewesen sein weil BVB der ja ich hab's gesehen Terra auf der 4 wir sind aber Fünfter der ist Fünfter der ist Fünfter wer schiebt mich denn hier so gerne an Naieb ich war schon auf der 4 Naieb lass bitte Philipp wieder vorbei oh komm ich wer ist auf der 4 BVW du hast mir gerade mal einen Rundsburger abgefahren gell wer ist denn bitte auf der 4 BVB fünfter ist Terra wer ist sechster 3 er hat mich abgeschossen er hat sich umgekehrt und er hat sich umgekehrt und er hat sich umgekehrt und er hat sich umgekehrt naja bitte vorsichtig fahren bitte vorsichtig fahren danke oh scheiße Wall of Champions Center ich war heute ja Carrie also dafür werden jetzt auch nicht Leute was machen wir wo 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 mein Vorteil ist ich mach keinen Fehler Hapti irgendjemand hat noch was ist hier eigentlich für ein Chaos hier hinten sag ich mich auch ich fühle mich ich fühle mich ich fühle mich ich habe lange Zeit ich habe einen Chaos angeführt wo 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 Terry hat ich habe gar keinen getreten hier ich habe gar keinen getreten hier ich habe gar keinen getreten ich habe gar keine Art zu berührt hast du die Strafbeider hast du die Strafbeider hallo ach du scheiße gecki BVB ist hinter mir Achso, 90 Meter Ich bin hier eigentlich im Chaos Oh komm Ich bin auch in der Pumpe, ich bin drifter Ich bin neuter, von 14 Was sechste? Ich hab BVB hier mal vorbeigelassen Ich stell mich lieber Der ist aktiviert Ich hab wieder BVB überholt Also, Flug-LT 6 Was? Wie sieht es aus? Wer ist auf Platz? Heftine Scheiße Ja, der hat wahrscheinlich Wer noch Platz 7 Ja, der war sowieso letzter Der hatte den Freund Zügel zerstört Der Wall of Changes Das ist eine ganze Runde, ohne Freund Zügel fallen Wo er sich dreht Wer ist denn auf Platz 7, bitte? Hört mich jemand? Ja, vielleicht redet jemand Ja, man kann auch mal Oh, der hinter der Kano Das war Heftine Wollger Das war Heftine, ja Aber immerhin sind immer noch hin Nur 14 Leute Ich bin noch drin, das freut mich Der sauber war dann Jet Z Mai Ja, darauf müsst ihr dann wirklich achten Und dann ist Cary auf der 7 Ich bin auf der 8 Ich hab die ja jetzt immerhin Momentan Caterham auf 1 und 3 Wieder auf einen guten Kurs Oh Leute, ich kass mal ein bisschen hoch Ich würde jetzt immer runter Beide Toro Rosso in den Punkten Das sieht aber nicht dramatisch aus Ja, Christy, du warst ja schon in den Punkten am Start Der eine attackiert gleich den anderen Wo bist du denn in den Punkten? Ja, das weißt du nicht Das ist also nahe der erste Hast du einen Fehler gemacht, Carlo? Nein Was soll ich das? Überhol mich wenigstens richtig Ich hab dich zumal überholt Ich rieße mich nicht ab Ich hab dich nicht mehr berührt Ja, ich hab dich nicht mehr berührt Vielleicht gemacht hast Ihr müsst da wirklich beim Überholen aufpassen Das kann ja nicht sein Ich hab BVB auch gerade vorbeigelassen Ich hab grad links und rechts neben mir Autos Ihr wisst doch wie diese Server ticken Ich werd schon wieder abgeschossen Das war Jet Alter Harry, ganz ruhig Ruhig bleiben! Beruhig dich! Na, ich weiß wie sowas ist, aber... Boah, ey Ich krieg das auch, dass... Ey, Mann, da könnt ihr alle ein bisschen ruhiger sein Ich meine, es interessiert niemanden Wer wann wo einen Fehler macht Ja Braucht nicht jeder sein ganzes Rennen posten Ja Hepsin hat mir grad was geschrieben Aber ich kann's grad nicht lesen Den ehemaliger Coop-Faner Wie... Also, naja, was... Irgendwann mit... Auch... Okay, das ist bei mir gerade wohl Schub Und... Mir nicht Also, seid froh, dass er doch keiner der ist Wie... 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 Somit... Er, imidad k few and revers In mir hat die Kille bei mir nach vorne gelegt wie sehen die Weichen bei dir aus war noch gut so man muss nur ein weiß ich konnte sieben oder acht nicht verheiratet also bei mir hinten leckt eigentlich ziemlich stark muss ich mal sagen strafe einmal war Killer neben mir den habe ich angeschoben dann war auf einmal wieder weg dann ist der Cowboy die Wand gefahren der GDV-Borg-Modell wie sieht sie momentan wo ich so aus strafe reißen wenn ich hätte er aufhalten er auch über 60 Lern kann man auch bei euch denn dass sie alles durch die Strecke Löhre und er hat ja auch gewaltig und kann man gleich in die Box kommen müssen das ist eine Scheiße bei mir leckt auch wie gesagt unheimlich also wenn ich leckst kann ich nix dann Terra ist der Hoster aber ich glaube an dem liegt es auch nicht nee das hat damit auch nichts zu tun ich glaube das ist ja mein Internet weil bei mir länger alle 8 was ist los Carlo ja wenn da einer was bei euch los das ist ja eine Strafe die Fahrer mit 100 durch die Schikade immerhin fahren sie da durch das war ein Lenkrad welchen Lenkrad ist das ja mein Scheiß-Vorstück kriegt es immer noch an den doch gut das geht jetzt in der Box aus oh ich bin 10. ey ich bin 12. sorry 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 wir sind ein bisschen rausgekommen nee das war meine Schwung naja Reifen werden langsam etwas schwächer weil ich hole ziemlich viel Zeit auch weil ich scheiße fahre BVB kann eigentlich ganz schön mithalten mancher ist da kommt da besser ran noch schon nicht dass ich noch nicht rausgeflogen bin sag ich aber auch leck mich doch ey das lieber nichts darüber was machst du da ja fahr du erst mal in den Lenkrad mit Scheiß-Vorstück weg ey oh man Kjachs geht doch mal wieder was ist das für ein Bullshit Harry jetzt ist alles gelaufen ich hab Achtung mit dir ja bitte er drückt mich in die Wand rein sorry die Boxgeschuhe erwartet dich am Ende dieser Runde das war die Gegend mit der ist vorbei Bruder das Tier hat sich in der ersten Ause passiert nö ich habe mich verbrenzt mein Spoiler jetzt die gleich an die Box zu gehen Philipp ist jetzt nicht gerne ein Jahr man geht bei der Runde der Städte kannst du gerne rein wenn du willst aus der Einstelle Mann! 13. Yeah! 14. Ey, das soll ich ja Spaß machen. Ne, nur mal so zur Info. Aber ich war schon an der Box. Ich kann ja auch nicht sagen, dass man kurz vorm Start mit Geist aufliegt. Ja, dann weiß ich ja mal, was ihr da für Bugs habt. Ich hab nie solche Probleme. Ich hab nie sowas. Mann, ich muss gleich nochmal in die Box. Meine Zeitstrafe. Nein, bitte auf. So, ab in die Box. Mach ich das eben so. Hab ich einfach den Netzwerksstecker zu der Post-Hofage ausgezogen. Okay. Okay. Ja. So, ich bin Vierter. Oh. Oh. Nein. Was? Och, Mann. Geck mal weg. Ach. Gau ich. Ich bin noch ein Stopp für dich. Noch ein Stopp für dich. Noch ein Stopp. Ich bin jetzt Vierter wieder rausgekommen. Flug LP auf der 5. Ich hätte ein Klasse rennen. Guck euch noch zu. Sorry, Kirsten. Sorry, Kirsten. Ich leite. Piccolo, passt vorbei. Aber immerhin ist es schon mal besser gelaufen als letztes Mal. Muss man mal so sagen. Gar nicht. Klar, fährt auf jeden Fall nicht vorbei. Kannst du immer noch zugucken, Kirsten. Bist du auf reichen gegangen? Nee, auf hart. Okay. Bist du damit durch? Nein. Ich bin ja nicht Chuck Norris. Ich muss noch mal eine Runde 27 rein. Okay. Wenn die Harten so lange reich halten. So, ich bin jetzt beim Führen, ne? Wer fährt denn? Naja. Ich fände bei seiner Box bestimmt. Der gerade rausfällt, oder? Ja. Muss ich selber Zeit mitmachen? 26 Sekunden. VWB genau. Ne, der ist vorn aus der Box rausgekommen. Das ist das dritte auf Fahrrad. Killer, hast du kein DRS? Wie er soll die Antworten bitte? Nein, ich wollte nur darauf hinweisen. Das war nicht wahrscheinlich. Na, ihr fährt da vorne erstmal seine Runden zu Ende. Philipp dahin. VWB sauber erholt. Damit bin ich jetzt dritter wieder. Ja. So, jetzt gibt Carrey Gars. Ja. Ja. Muss er auch. Der muss er aufholen. Ey, ich werd da überrundet. Was? Ja. Der erste wird echt schon überrundet. Amor. Terras raus. Was? Terras? Was ist los? Was? Und schon wieder. Diesmal kein Puller. Nein, die hat sich gerade umgezogen. Nein, die hat sich gerade umgezogen. Was war denn der Fehler, Terras? Ja. Ich bin im zweiten Sektor in der rechts links. Boah, Savi. Wie? 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 Na scheiße. Der zweite Ausfall im zweiten Rennen. Läuft bei dir. Der letzte von denen. Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Aber ich bin nicht. Die hat mich gerade abgeschaut. Ja, BVB, ramm mich doch von hinten weg mal ganz ehrlich, ey. Gucken wir mal weiter. Die gibt's gerade am Kampf zwischen Mulchan und BVB. Nein, oh, vollkommen weg, dein Mann. Die gibt's gerade einen Kampf zwischen Mulchan und BVB. Also bei mir ist gar nix hier an, Lex. Läge ich bei dir ziemlich doll? Überhaupt nicht. Der BVB meint, Läck bei ihm übelst. Dafür kann ich jetzt auch nix. Ben's Leck, dann muss der vorsichtiger überholen. Na, der bleibt, dann bleibt mal nur noch. Eine Stelle übrigens, mit TS. und einfach nicht einfach nicht hinten rauf halten dann macht der platz also immer beziehungsweise brems lieber schon vorher damit ihr ohne strafnahme kommt pvb hast du eine strafe jetzt bin ich wieder so eine frage wer ist jetzt schon ausgeschieden durch verbindungsprobleme heptin ich ich würde mich zeigen die dieser drinnen der feindentwicklung ist auch schon draußen ja genau ok der gleich überrunde normalen killer wird nur ein bester er war abgeschossen in die wand und da mussten wir gar nicht fest auf weiß philippe nachher noch mal fahrt war bewegst der eltern der körper wo bist du gerade der kinder hat abgeschossen ich muss eine ganze runde ohne frontflügel weil er mich in die wand geschossen hat komplett mich gedreht wird selbst die Leiter der Bordentwicklung ja nein ich bin vor der Spitzkehre ja mein ich doch und er ist nicht klar ich bin mir immer wieder ein ja weiß jemand ein verbindungsvoller das ist jetzt der Haus kann ich nachgucken und er kann jetzt nicht alle raus das will ich nicht noch mal neu machen netze und jetzt fliegt keiner raus keine ahnung was passiert terra ja ich habe noch eine einladung also kann ich die lobby kurz verlassen und dann kann ich nachgucken wer host ist ich mache es nicht um und bitte macht es hier keine scheiße Philipp ist dann gerade an einer anderen Schuhen weit reden bitte festen Klasse Ränder von der Sitzung zerstört aber besser vor Ort gerade vor mir er hat dank er wundert nicht wenn der Session nicht mehr beitreten warum erst ich glaube so was er wird eine Funke holen ja ja egal du kommst der Session nicht weiter unter Umständen bereits voll oder wurde vor kurzem geschlossen weil der Host ist ja schon gewechselt hat so gesagt naja das schon aber dann ist doch jetzt jemand anders der Host ja eben und wenn der auch geht sich zu lange weiter bis nur noch um keine übrig bleibt boah meine Rechens sind mal richtig im Arsch aber es sind immer noch 12 drin ne nur mal so zu ihm das heißt wenn es auch 3 rausfliegen Jet Set mal auf der 4 sauber auf 2 und 4 Katermuff 1 und 3 also wenn das so weiterläuft dann ist sie sauber unser ernster Konkurrent mit Guterres und Hüttenberg ich glaube wir haben wir noch an Carlo 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 das schätze ich natürlich nicht das war nur ein bisschen Pech jetzt damit muss man halt auch zurecht kommen das nächste Mal ist die Teilen ne Jupp ja ich steh drüber ja vielleicht die JZ2 und dann bitte ich fördere BVB hat keinen Funflügel mehr um an der im Haus mit also mich wohl dass es nicht ist dass mir keiner folgen kann das ist schon ein bisschen um und da gibt es nicht mehr jahrelang auch nicht Philippe seine Rede der Wesen Rennen gewinnen einmal in der Pro den zweiten Sieg her dass er dann verdienter zweiter sie ja aber es hat sich umsteuert der Fehler noch auf und die Katze ein bisschen kaputt er hat der Konstanz ist der konstante Fahrer hier das ist mal das war der Unterschied ich habe auch noch kein Fehler gemacht wird zweimal abgeschossen ja ich träume so jetzt ist er die Platte ist ergeben er macht einen Fehler beim Eintreps gut die Haken sind ja mal richtig scheiße man muss Philippe nachher wieder ein Screenshot machen ich habe auch vorhin schon die ganzen Screenshots gemacht ja so für das Qualifying habe ich ok ich habe 17 Sekunden rückvorsprung das wiederholt wenn es noch vier Leute raus du bist denn du gleich eine zweiter Sektor er ist gleich haben wir dran ich hätte jetzt nichts gegen Safety oh ne Philippe schon ne ich auch nicht voll ist mein Teamkollege ja Jet Set Mai auf der vier Gangstaat wie sieht es aus wer ist auf Platz 5 6 6 6 7 da weiß ich nicht da muss da einer von euch mal sagen aber der ist gemutet wer ist 8er ok auch gemutet 9er auch gemutet egal 10er Killer 10er ist fanden der ist öfter ich zwölfter ich leider liebe dich dafür Killer ne es müssen noch vier rausfallen weil Terra hat sein Fahrzeug zerstört ja ok wenn man dann gucken dann langsam an dem Mercedes dann näher du musst jetzt drauf hoffen dass ein paar Leute raus stehen mit Verbindungsproblemen ach das ist mir sowieso egal das ist aber es ist auch eine gute Einstellung also die Liga ist mir egal ist eine gute Einstellung naja es ist ihm egal wenn er noch bis also gesagt wenn man jetzt sagen will ja bitte ich will noch mal Rettverfahren dann ist es halt so dass er halt wie das andere rausgehen aber mit der Einstellung was er gesagt hat hatte ja die kann nicht ihren von mir ist es egal ja mir geht sowieso nur um den Spaß auch wenn ich den bisher in der Zeit war er noch nicht so wirklich hatte die bitte soll irgendjemand dann habe ich den Kumpel lassen gleich vorbei fahrten wir momentan vor Rundenzeit Naib du bist auch gemütet aber ist ja nicht der Herr ja ich meine es ist Naib auf weich oder auf hart Philipp weiß ich nicht er könnte auf hart sein aber er fällt meine Rundenzeit noch nicht hohen 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 Läuft bei dir ich glaube ich noch ein ja ja viel Spaß ja er war er war er fangt im PT erfandere Mercedes oder ja ja die duellieren sich ja jetzt nicht mehr weil einer in der Box gefahren ist ja ich also geh da mal mit knapp das andere vorbeikommst doch ich bin schon bei der Heizzeit das werde ich nicht schaffen geht schnell war ja wo ist der Carlo habe ich dann abgesessen so ich trage dann schon mal das Koli-Pang-Ergebnis auf der Homepage ein Kalo willst du durchfahren oder so mit dem Reifen ne ich fahre weiß achso wer ist eigentlich auf Platz 2 naja 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 der ein ganz starkes Rennen hier fährt muss ich mal sagen so da bin ich und Jetsi Mai viert an seinem ersten Rennen und er meint er ist klar noch nie gefahren der Verein 2013 richtig wenn er das mal gefahren wäre wer weiß wo er jetzt stand mir hat das Qualify-Ergebnis schon gewundert er findet mich waren der Qualify-Wohnung meiner letzten war ich in beiden Sektoren also erst 1 und 2 auf Bestzeitkurs und den dritten habe ich ja was verloren ja den dritten habe ich gezaubert achso ja da habe ich eine Gäste aber BVB was der für eine Zeit gefahren ist BVB ein ganz äh ein starker Anwärter auf dem Qualify-In nein ich kann durchfahren sagt er meine Box bevor ok ich kann durch ich fahr durch ich fahr durch kurz noch eine Strategie geändert wann bist du reingegangen ist dann stopp einen neuen Ruhl mit diesen Reifen na werden wir mal sehen ich weiß nicht ob ich dürfen ich bin Runde weil mich wieder gedreht hat ich bin Runde 13 in den Box mit O-Forten boah sind die harten scheiße zu fahren ach der ist hinter mir der ist hinter mir der ist hinter mir äh Peter ich fahr gerade hinter Nyab her ich brauche dann nach 10 Sekunden Rückstand auf Nyab äh kann man Ihnen sagen auf welchen Reifen Nyab ist? ähm ich glaub der ist auf Fahrt bin ich ziemlich sicher ja glaub ich auch der ist auf Fahrt weil äh das wäre schon drin gewesen ja der ist auf Fahrt der ist auf jeden Fall auf Fahrt ok ich war direkt hinter dem nach Fälle weiß noch Chor brennen hier ich weiß nicht mehr was war ach ja ey erinnere mich bitte nicht dran ey werdet ihr dann sehen nach dem Monaco-Rennen-Wochenende nach dem Monaco-Rennen-Wochenende warum? wo bist du denn? wieviel Ruckstand? ich will in der Box und äh will jetzt äh Jet-Head äh mal überholen aber jetzt ist nicht keiner mehr raus jetzt werde ich von Flug LPS erstmal überholt vielleicht wahrscheinlich ja ja du und dein Poller du willst ja nur dass wir welche rausziehen damit du bisschen nach vorne kommst wo weißt du? kenn dich doch oh oh du hast die Probe nicht so ganz erwischt ne du bist ganz da ey oh hart lässt sich viel besser fahren nein oh oh ich hab wieder Grip du bist auch zweimal weich und einmal hart? ja okay du bist auch zweimal weich und einmal hart? will eine Runde später hast du über die Box aber ich werde eh nicht um sie kämpfen also vergiss es ey ich bin schon so weit vorne welcher Sektor bist du? ja gut spät äh dritter ja also ich bin mit dem Setup sehr zufrieden ey ich bin mit dem Setup sehr zufrieden ey aber so lässt sich fahren wie auf Schienen doch gut und das ist meine Chance auf den zehnten Platz zu bekommen jetzt fand ich eigentlich gemütet nö muss doch mal rein also wenn jemand hofft dass ich noch auf die Wolle auf die Champions Reihen vor vergessen ist die Kugel weil ich mittlerweile so vorsichtig an ich nicht ich mach genauso das Gegenteil in der Kurve weil sonst kein Spaß macht ach so mein Teamkollege könnte ruhig rausfliegen was? ne egal macht ihr schon auf einer Fette und Webber? ja ja klar dann müsste aber Webber den Stinkefinger sein ich hab ne Fakescam an das kann ich sogar machen dann mach das warte auf ne geraden was ist eigentlich die Bestzeit momentan ist das immer noch meine? ja ja leider was ist los Carlo? doch Karl ist unter 1,13,6 gefahren war das nicht so? ja na der hab ich schon lange unterboten ich bin der grad aber überholt er blockiert mich wer denn? den schießt nicht ab den schießt du nicht ab wer ist vor mir wer ist vor mir? wer ist vor mir? schaut mal bitte äh Kilo? 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 ich glaub meine Reisheit danke Kilo? ok Funki kriege ich noch ein Verholt der jetzt ziemlich langsam im Gegensatz also ich muss ja schon meinen Lover sprechen an die die mich über die mich überrunden lassen müssen die macht super platz Kilo? ach ok du hast doch eine große Strafe bekommen du musst doch nochmal an die Box oder? nee ich fahr durch ok Funky kommt jetzt dran weil meine Reifen halt weiter wie ich mich vom Killer absetzen kann ey was ist los? was ist los Tobi? du kommst nicht mal in den Nahe dran? ich fahr auf auf abgenutzten harten Reifen mein Freund meine Kälte kam es halt raus und runtergefallen also kein Chaos trennen wie das letzte Mal und es werden wahrscheinlich mehr als nur 4 Fahrzeuge ins Ziel kommen ja dann seid ihr da noch nicht zu sicher ich bin mir aber sicher dabei ja auch das wäre auf jeden Fall ein tolles Ergebnis 12 Fahrer ins Ziel von 16 und 3 mit Verbindungsprobleme so ey auch ein guter Wert ich bin jetzt auf den letzten Punkt aus bin zwar zehntler aber ich geh jetzt in die Box auf die Weichen dann bin ich elfter ja du wirst zwölf Rücken mit Weich fahren viel Spaß das geht das geht ich fahrs ich hätt jetzt kein fehlen gedacht der hätte ich noch 15 Uhr noch Weich gefahren so wer ist gleich in der letzten Kurve ich du kannst ja gleich mal vorbeilassen ja aber erst welche sage wer schaut eigentlich zu kann ich nicht würde ich gerne kann ich aber nicht ah ist auch an mir vorbei da das kam und nicht vorne ist ey das wäre ein geiles Zell gewesen ach jetzt grad du ey nein schade ist die Monat noch nicht mitfährt ja mit der 10.000 Euro PC 2500 bitte äh Wohlstär, wenn ich dich nicht anständig vorbeilass dann liegt das ja im Kampf da tappen eure Bette da aus wenn es gut fürs Video ist dann was passiert ich bin leicht färgestanden vor dem Ausgang das dürfte eigentlich gehen nach 12 Runden dann sind wir von auf und das dürfte eigentlich klappen kommt auf den Fahrrad an fucky ich wärs ja gar in die Box gefahren ich glaub er ist doch fahr ich nicht wer fährt vor sind hier ähm Flug LP ähm flug LP ähm ich glaub er ist doch fahr ich nicht so ich müsste mich gleich mal überrunden lassen also bei der Überrundung habe ich mich jetzt gar kein Problem ich hab mir fair Platz gemacht na ich hab eine der Box gewesen ok ok ja hier ist er na 5,5 Sekunden noch dann geht Gacker Bohr ich bin zufrieden ich hab einen Fehler gemacht in der ersten Kurve ich bin gerade ausgefahren und er konnte sich gleich noch vorbeilassen ok was fährt der Carlo für Rundenzeiten ok 1,13 bitte ok ich hab grad im ersten Sektor 1,1 Sekunden auf Funky aufgeholt ja neue weiche Reifen ja ich geh jetzt auch an die Box auf weich oh 3,2 Sekunden tschüss Gacker Bohr füllst meine Reifen zu dem Marsch aber ich fahre nicht mehr in die Box warum nicht doch ich komm noch ruhig wächst du noch mal auf weich dann kannst du noch mal pushen nein ich hab nur die Chance Funky zu kriegen wenn ich jetzt nicht wechsle wir sind im selben Team wir sind im selben Team Gacker Bohr ist ein Tor-Russe du fährst Mercedes das ist glaube ich nicht derselbe Team komm Ketter mach denen die Affen bis jetzt ist in der Box ich bin schon in die zweiten Sektor wird nur nix mit euren Doppelbieg nö nee nach Nummer ich stehe dazwischen das war so Kari direkt hinter mir strafe warum aber vielleicht abkürzten siegt euch doch alle warum hast du das gerade mindestens schon 20 mal abgekürzt haben ich hab dich einmal abgekürzt hier vorne du kannst ja auch langsam fahren freudig relativ langsam fahrnehmend ereinnerung strafe halt deine Fresse du Fickaffe fahr nochmal an die Box ach doch ja auf einmal die werden nicht geilen ich verlebe man hier überhaupt bei der Durchfahrt strafen soll ich sagen vielleicht 8 Sekunden oder so wer hat mich gerade weggedrückt nein Funky dreht sich und ich fahr jetzt an die Box hätte ich jetzt überholen können wer hat mich gerade weggedreht die Teea Odenauer nachgebracht er hat also ich hatte nicht nur noch fünf da geil rennen verkackt so die Mulchen dafür werde ich dich jetzt überholen so Karl auf der 3 so Karl auf der 3 jetzt wird wieder langweilig was naja wenn Carlo wieder auf 3 ist also nein mit 18 Sekunden und das sieben Sekunden auf und dann bin ich neuerter genau wie letztes Rennen das ist sehr gut für mich und der Ash Karl bist du auf hart oder ja komm Tobi tu was für das Team fresse falls eh ja hier mal eine Bestzeit ey ey ich überwunde ganz ganz naiv also ich überwunde die hier zurück Kösti kann sich schon mal fragen über überlegen oh oh nein nein was Fessner Mulchian wieso sind sie nicht dritter geworden oh nur der kriegt ja nicht mal einen Platz im Interview nö ich werde ihm die Ecke auch die Fragen stellen ja oder so ich habe euch einmal die World of Champions berührt freust dich jetzt ja ja weil zum vorteil gegenüber jet set weiter fahrt da werden wir wahrscheinlich durchfahren ich werde ihn gleich überholen ein gewinnig weiterfragen ich hängte 3 seine IP alter was seine IP ist eine Runde seine IP ist eine 1 12 19 tausendstel äh sauber fänner vorbei fairer sportsmann sauber fällen ganz klasse gemacht von dir danke er mich lieber überholen lassen weil er weiß dass ich sonst so schneller bin wo sie den zweiten screenshot öffnen vielen dank sauber fällen das ist gut bei mir ja ja nach vorne fährt Mercedes rauf Funky ist jetzt nur noch ganz nichts vor mir und ich bin den überholst du noch die Green Racing Machine kommt den überholst du noch ich werde ihn gar nicht überholen glaubst du noch sehr gut versuch dieses Tempo zu halten genau das brauchen wir jetzt aber sauber fällen der verliert deutlich jetzt komm mal rein das ist doch ne naja ich bin zwar mal ganz mein DRF ist ausgefallen danke ich hab keinen Bock mit der Maie festzustecken immerhin sind schon mal dann wirklich 12 Leute ins Ziel gekommen ist auch klasse warte nach 6 Runden noch ja sehr ruhig ich dachte ich sie ja gerade einen Regentropfen aber nein das wärs jetzt noch jetzt noch mal ein starker Regenschauer aaaaah kräftiger bei vorne kräftiger bei vorne kräftiger würde mir jetzt gefallen ja mal ok ich hol auf Ney ich hol auf Tank ja eine Sekunde pro Runde auf ja vorher 2 Sekunde verloren ja warum ist Ney weil ich immer wenn Ney vor mir ist ist das so langsam ich weiß nicht wieso verlangt hat Fronten Oh Tobi du 1,6 auf Carlo entfernt du kannst deine Leistung aber nicht vereinträchtigen tusch weiter wie gesagt ich hab nen Vorteil gegenüber er ist auf Fahrt ich bin auf weich 2,9 wo da lag ein Frontflügelteil über den ich gefahren bin ja das ist nicht meins was wieso bist du schon im ersten Sektor wo bist du Philipp gerade Sektor 1 2er Sektor wäre ich jetzt wat alter ey stark dann musst du auf Fahrt Philipp oder ja fahren ich kann Franky wahrscheinlich nicht mal beruhlen wenn mein DRS kaputt ist ja du du wärst sowieso nicht so nah dran ich kann im Moment 3 Sekunden hintersehen ich hab grad in der letzten Runde eine gewonnen ja ab jetzt sinds wieder 3 nein ich habe von 4 auf 3 verkürzt oh neil gerade ist ziemlich ruhig bei euch ja Spannung ah jetzt soll einfach mal schneller fahren wie viel da ist da immer noch 2er ja ich bin direkt hinter ihm mit der Uni ich könnte ihn eigentlich hier runter aber dann muss ich ihn wieder vorlassen das ist scheiße du machst das klasse so ich bin hier an Kralo dran mal gucken ob es der S gibt ja oh Kralo muss zittern ich weiß dass ich im Sektor einstelle als der Vordermann bin ich bin im Sektor einstelle als der Vordermann ich bin im Sektor einstelle als der Vordermann ach ey wenigstens neunter will ich noch werden oh jetzt lassen wir reißen nach so Autos sind jetzt auf ok 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 ich bin gegen die komm Auto oh Kralo oh Kralo leckt oh Kralo leckt danke oh Gott das Auto vor dir hält dich auf du musst immer oder Also einfach lieber vorbei, damit ich ihn nicht abschließern kann. Warum Strafe mal 2? Erfick dich, ey. Tja, Carlo, Strafe dritter Platz ist gesichert. Nein, oh Mann, ey. Zeitstrafe 20 Sekunden. Nein, jetzt bin ich auswählen in die Box gefahren. Mann, danke, Karriere. Oh, danke, echt. Ey, super, vielen Dank. Geil. Daher, danke. Ich sag, lass mir einfach vorbei. Ich hab, ich hab ihn nur angeschoben. Er ist immer abgeflogen. Fickt euch ja alle, ey. Jetzt geht das wieder los, ey. Rage Mode. Rage Mode, auf dem AD-Server. Mein Gott, er hat seinen dritten Platz unverdient. Ey, ja, ey, das geht ab. Es war niemals eine Strafe, ey. Scheißspiel. DTM in W-Runde bist du. 34. 11.3. Er erinnert ein bisschen an den Ausraster mit BMW. Ja, ja, ja. Nein, doch. Boah, Gekker wurde. So, wer da vor mir ist, macht da scheiße Platz nochmal. Das müssen wir überholen. Der hat fast Kinder abgeschafft. Ja, okay. Ich bin 8 da. Nein. Feini-LP, wie sie stellst du dir hinter. Wohlstern, ich hätte jetzt übrigens nicht sauber vorbeilassen. Du wirst mich jetzt nicht vorbeilassen. Das muss nett sein. Das musst du machen, sonst wirst du gestraft. Da bin ich hart. Ich werde noch mal eine schnellere Runde. Wie, du schießt mich ab. Brems ab, Mann. Danke, du Affe. Verpiss dich. Alter, Mann. Mann, dräng mich doch nicht raus, ey. Verpiss dich, ey. Ich hab die Strafe bekommen. Ja, Brems. Hast schon dient. Verdient, alter, verpiss dich, ey. Weg da. Mann, hör auf, damit. Du kriegst 20 Sekunden Strafe von mir jetzt. Ja, du bist so langsam. Du hast von mir jetzt eine Strafe Pech gehabt. Und das ist nur 34. Verpiss dich. Alter. Das war ein wahnsinnig spannendes. Boah, der fährt einfach so hoch. Obwohl ich da noch war. Wuuu. 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 Wie steht das? Boah, das Ziel. Okay. Okay. ich werde Punky nicht mehr kriegen. Ich bin auch 8 da. Hast du Gecker, du hast 2 Strafen bekommen? Nein, jetzt 3. Verdi, du Wichser. Du hättest sowieso keinen Platz mehr da durchgewonnen. Naja, aber trotzdem. Irgendwann ist dann auch eine Grenze erreicht. Du kriegst eine 10 Sekundenstrafe nochmal drauf. Oh nein, ihr habt ganz langsam hier verdient der 2. Guck mal, BVB war 17 Sekunden hinter mir. Jetzt ist nur noch 15 wegen dir. Ich guck mal dem Carry zu. Ja, Wichser ey. Mein Gott. Was, er war 17? Ja, warum lässt du mich einfach vorbei? Du bist doch hier verletzt da. War nicht Funky noch überholen, Herr Wichser. Ja, du hast wirklich keinen Punkt bekommen. Ich bin doch nicht schnell, ich bin schneller. Ich habe einen schneller Rennen und als Carlo. Eine Warfahrt. Meine war weiß ich nicht, ich glaube auch auf A. Boah, das Rennen war richtig shit. Mulchern hat auch eine Strafe. Ja, wem, wen denn wohl? 60 Sekunden Strafe. Das war F1-F1-F1-F1. Mulchern hat sich gerade genutet. Ja, wenn das eine Überrundung war, dann ist das asozial, ganz ehrlich. Ja, errascht ich bestimmt gerade aus. Kann ich mir vorstellen. Es tut mir leid, aber ich konnte, ich hätte sonst noch, das hätte ich du nicht hinkriegen. Doch, ich habe eine Sekunde vor Runde auf sich gewonnen. Niemal, hallo. Es war eine Runde. 1,9 Sekunden hinter dir drei Runden vor Schluss. Ja, ich habe eine Runde. Also ich würde sagen, was ich jetzt gehört habe, dann würden wir Gag-Abo noch eine 10 Sekunden Strafe mit einrechnen. Und siehst du, ich brauche eigentlich nie mehr aufnehmen, wenn mein Vater hier ist. Einmal ein bisschen lauter geworden, gleich kommt er rein und brüllt mich voll. Es tut mir leid. Ja, danke, Geri, aber wegen dir eigentlich. Es tut mir leid. Ich bin CarrieF1, auf Wiedersehen, ich bin raus. Tschüss. Guten Tag.